So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Top Gear 3000 Wir sehen, ob ich mich jetzt hier ein bisschen besser anstelle. Wir können ja mal speichern, das ist bis jetzt gar nicht so doof. Okay. Das ist sehr gut. Ne, das war wieder Mist. 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, das war ja mal völlig schön Arsch. Untertitelung. BR 2018 Was ist denn das für ein Sack behindertes Rennen, ey? Untertitelung. BR 2018 Nee. Auch nicht. Nicht weit genug. Scheiße, jetzt habe ich gespeichert, ich Idiot. Fuck. Ich bin nicht weit genug. Noch zwei hier unten. Na, können wir hier noch die Tiere speichern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, speichern wir mal nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Nein. Auf dem achten Platz, oh Gott. Ich hoffe, wir haben uns wenigstens für das nächste Rennen qualifiziert. Ach, warum? Auf Platz 2. Kann ich mal so schlecht insummen? Das war's für heute. Okay, gut gemacht. Du hast das größte Rennen der Galaxis besiegt. Aber da gibt's noch viel mehr Strecken, die du erkunden kannst. Versuch's mal auf dem Medium, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Lass mich kurz nachdenken. Nein! Kein Abspann, nix? A, doch jetzt. Das war's für heute. Okay, ich hab jetzt keine Ahnung, ob jetzt da ein anderer Abspann käme. Wenn man das ganze Ding gewonnen hätte. Werde ich jetzt aber nicht nochmal probieren. Weil ich müsste jetzt mindestens noch zwei Plätze daraus fahren. Damit ich dann im Gesamtranking auf Platz 1 komme. Und nee. Sorry, aber nee. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen von diesem kleinen Let's Play. Top Gear 3000. Damit haben wir die Reihe nämlich durch. Es gibt noch Top Gear Rally. Das hatte ich glaube ich auf dem PC. Muss ich nochmal gucken. Ich weiß auch nicht, ob das was miteinander zu tun hat. Egal, burscht. Wenn das Display gefallen hat, kann er einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren sowieso nie verkehrt, weil ich hier regelmäßig immer kleinere Displays oder auch mal ein größeres hier freischalte. Ich versuche es nur mal eins pro Woche. Klappt aber nicht immer. Von daher Kanal abonnieren und Glocke drücken. Dann kriegt ihr nämlich immer mit, wenn ich dann wieder eins freigeschaltet habe. Ich versuche mal ein ganzes Let's Play halt freizuschalten. Oder eine abgeschlossene Sache. Damit man nicht ewig drauf warten muss, bis ich dann endlich mal weitermache mit den Videos. Und ja. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns ja bestimmt gleich in einem anderen Video. von einem anderen ganz tollen Let's Play auf diesem super tollen Kanal wieder. Also. Bis gleich. Tschüss.